Was ist eigentlich Cleaner? Das ist Cleaner! Cleaner ist quasi Alkohol mit Wasser gemischt und dient dazu, die Schwitzschicht des Gels zu entfernen. Das heißt, wenn ihr gerade aus der Lampe die Hand rausnehmt und das Gel nachfallen wollt, müsst ihr das Ganze damit erstmal abcleanern. Zudem hat Cleaner auch eine desinfizierende Eigenschaft. Falls ihr mal mit Gel gekleckert habt, könnt ihr das Ganze mit Cleaner wieder sauber kriegen. Ihr solltet allerdings dabei aufpassen, falls ihr das Ganze auf Plastik auftragt bzw. den Cleaner auf Plastik kommen lasst, kann es sein, dass das Plastik matt wird, denn Cleaner ist schon ein wenig aggressiv. Ich würde euch empfehlen, das Ganze in einen Dispender reinzumachen. Das heißt, dieses Teil hier. Das ist immer sehr komfortabel, um damit den Cleaner auf die Zillette zu bringen und dann die Schwitzschicht damit zu entfernen oder was auch immer ihr damit machen wollt. Das Ganze bekommt ihr wie immer im professionellen Nagelshop. Früher haben wir uns das Ganze immer aus der Apotheke organisiert. Ich weiß nicht, ob es das heute immer noch gibt. Ich schätze schon, weil Alkohol werden die da haben. Zudem gibt es das Ganze in verschiedenen Farben und Ausführungen. Die Farben haben meistens nichts mit der Qualität zu tun. Allerdings gibt es auch noch Cleaner, der High Gloss heißt und jeder Nagelhersteller nennt das anders. Aber der hat die Eigenschaft, wenn ihr damit die Versiegelung abcleanert, dass das sehr gut glänzt. Habe ich mal ausprobiert, hat nicht so gut funktioniert. Deshalb würde ich immer zum normalen Cleaner tendieren, aber müsste selber mal ausprobieren. Das war es auch schon mit dem heutigen WTF. Ich hoffe, es war ein wenig informativ für euch. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ansonsten Facebook, Twitter, Instagram könnt ihr gerne mal vorbeischauen und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.